Aufpassen, Hover, aufpassen. Alter, schiesse ich nur daneben wegen dem Fulltrottel. Super. Danke, Chef, danke. Ja, voll auf die Eier. Nur auf die Eier drauf an. Nur auf die Eier, Brudi. So, gehen wir irgendeine Waffen, die was vielleicht nicht schlecht ist. Ja, das schmeckt. Das ist gut. Das macht schade. Das macht fuck. Sie haben schon relativ gute Vorlagen. Sie haben schon sehr, sehr gute Vorlagen. Sie müssen es nur ausnutzen. Sie müssen es einfach nur richtig gut ausnutzen. Ubisoft, du kannst das, du schaffst das. Du kannst ein gutes Assassin's Creed machen, wenn ihr wollt. Das ist... Sie müssen nur wollen. Und ich hoffe, weil was ich auch so mitgekriegt habe, ist, dass der Titel nur für die PS5 und für die Xbox Series rauskommt, hoffe ich meiner Meinung nach sehr, sehr stark, dass es dann in die Richtung geht, dass wir auch einen Sprung sehen, dass wir wirklich einen Sprung sehen, wo ich wirklich so sage, wow, wow, dass ich wirklich so dastehe und sage mal so, wow, jetzt zeigt er mal wieder Assassin's Creed, was sie wirklich drauf haben. Auf sowas, auf sowas würde ich mich echt wirklich freuen, dass ich wirklich mal so dastehe und wirklich mal so sage, wow, sie bemühen sich echt mit der Grafik auch noch zusätzlich. Und du hast halt immer wieder diesen Scheiß-Vergleich mit Ghost of Tsushima. Jeder, jeder wird da stehen. Wir stehen jetzt auch eigentlich quasi da und sagen, ja, kommt her, zeigt, was ihr jetzt könnt. Jetzt, es gibt Ghost of Tsushima, ihr müsst jetzt ein bisschen was herzeigen. Zeigt euch mal, was ihr könnt jetzt. Weil die Erwartungen sind hoch. Die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Weil eigentlich im Prinzip in letzter Zeit hat ja eigentlich quasi Ubisoft ja nur reingeschissen. Sie haben eigentlich im Prinzip in letzter Zeit sehr, sehr stark reingeschissen. Und sie müssen sich jetzt endlich auch mal ein bisschen wieder beweisen und sagen, erst, wir haben es drauf, wenn wir wollen. Wir haben es drauf. Wir haben es wirklich noch drauf. Glaubt es an uns. Beyond Good and Evil ist zwar in einer scheiß verfickten Hölle der Entwicklung. Aber trotzdem, wir schaffen das. Wir können auch ein gutes Assassin's Creed bringen. Wir bringen auch Far Cry. Wir bringen noch das, 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 das. Und unzählige andere Sachen noch. Wo wir hoffen, dass sie trotzdem dann irgendwie noch Anklang finden. Weil das eine, Prince of Persia, ist ja richtig gut angekommen. Richtig geil. Ja, Skull and Bones war mal wieder ein bisschen Abfuck. Aber die Leute freuen sich auf Star Wars Outlaws. Wo ich auch wieder ein bisschen Angst habe. Dass sie wieder nur die Marke kriegen, aber nichts damit machen. Weißt du was? Ich meine, wie zum Beispiel bei Avatar. Sei immer nicht hub. Ich würde es ja eigentlich quasi noch aktuell spielen. Ich habe jetzt aber nur keinen Bock auf das Game. Weil ich habe es bis jetzt noch nicht durchgespielt. Es gibt Missionen. Also es gibt, du hast mal wieder 120.000 verschiedene Missionen. Die könnten geil sein, muss aber nicht. Manche sind halt gut gemacht. Manche haben wieder mehr so, wo ich so dastehe und sage so. Was hat sie schon wieder verbrochen? Wo ich mir so gedacht habe, so. Ja, ich weiß es nicht. Bisschen Scheiße. Muss aber nicht heißen. Warte, ich mache den mal ganz kurz noch fertig. Ich werde ihn mal ganz kurz noch fertig kriegen. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema. Gibt es mir noch ganz kurz. Schwierle. Wo ich einfach so dastehe und so denke so. Alter. So eine große, fette Welt. Es ist so riesig. Und so schön. Es ist wirklich eine geile Welt. Wo man sich wirklich verlieben kann. Jetzt nicht eine, die was jetzt bedeutend ist. Wo du jetzt sagst, du möchtest am liebsten. Ja, das ist ein deppter Vergleich. Das kannst du jetzt eigentlich nicht vergleichen. Wo du selbst halt hinreisen möchtest. Aber da würde ich schon wirklich sagen. Also da, Pandora, haben sie es so gut gemacht. Dass du dich wirklich in diese Welt verliebst. Und sagst, du möchtest vielleicht sogar selbst auch wirklich dorthin. Sage ich jetzt mal im Prinzip. Ist wirklich, wirklich geil gemacht. Und ich finde es halt einfach nur ein bisschen schade. Du hast so eine schöne, große Welt. Aber nichts dahinter. Wirklich. Wirklich nichts dahinter. Wirklich gar nichts. Die Geschichte ist flach bis zu gehen. Immer du hast wieder so einen bösen, bösen, bösen Typen. Den, was du quasi nur im Spiel zweimal siehst. Du hast ab und zu eine komische Steuerung am Start beim Klettern. Wo man sich dann ab und zu dann nach einer gewissen Zeit in Sicht dran gewöhnt. Einfach nur beim seitlichen Klettern kann man besser klettern, als wenn man ganz normal klettert. Also das heißt nicht, dass ich so kletter, sondern so. Da tue ich mir komischerweise einfacher. Ähm, ja. Rauch, das hört sich zwar jetzt deppert an, aber es ist... Ich fand, ich fand das wirklich schockierend, dass ich mir einfach nicht einmal meinen eigenen Hauptcharakter merken kann. Das ist schon irgendwie schade, oder? Finde ich jetzt persönlich. Ich finde das extrem schade. Du hast... Wirklich, ich habe meine 20, 30 Spielstunden hinter mir. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Story gemacht. Wir haben 50, 60 Stunden, haben wir ja schon. Ich habe auch viel in der Open World schon gemacht. Ja, viel im Vergleich zur Open World dann eher relativ wenig. Ähm, muss aber dazu sagen... Moin Digi, servus, grüßt ihr. Was grüßt ihr, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Muss ich am Ende des Tages sagen, wenn ich 40 Missionen habe, waren davon 3 wirklich gut. Wo du wirklich sagst so... Wow, ihr könnt eine Geschichte schreiben. Eine richtig geile, gute, wirklich eine 10 von 10 geschriebenen, wo ich sage so... Wow, in welchem Spiel bin ich jetzt? Bin ich jetzt plötzlich in einem ganz anderen Game oder was auch immer? Habe ich mir wirklich gedacht. Und dann bist du wirklich so in dem Spiel drinnen, in den jeweiligen Missionen. Und da stehst du da und denkst nur so... Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Nein, jetzt aber ohne Spaß. Ich bin dann wirklich teilweise so da gestanden. Ich habe mir wirklich da gehabt, so. Ihr wollt's mich wohl verarschen, oder? Oh, geil. Geil, geil, geil. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich da eine Markierung habe, da eine Markierung, da eine Markierung, da eine Markierung. Bist du deppert. Musst den mal wieder ausgehen. Am besten ist, wenn ich vielleicht sogar das eine oder andere loskriege. Das wäre super. Weil ich will eigentlich im Prinzip nur die eine Mission haben. Aber er wird mir wieder alles anzeigen, oder? Nebenquests. Da. Das gibt mir mal alles weg. Scheiß einmal. Okay. Code Blue, das muss ich schon machen. Das ist schon wichtig. Wenn ich wenigstens weiß, wo ich hinlaufen muss. Das ist ja das nächste. Das ist ja Wahnsinn. 100.000 verschiedene Sachen. Und laufen kann der Havra noch immer nicht. Das ist komplett am Arsch, der Brie. Das ist komplett am Arsch. Okay, wenigstens irgendwo wieder ein Lager. Das wäre super. Das wäre Baba. Der will mich fix fetzen. Das weiß ich jetzt schon. Na, warte. Na, warte. Und tschüss. Oh, da ist ja noch einer. Oh, warte. Nimm mal so eine Spritze. Nimm mal so eine Spritze. Ich fand das halt wirklich schade. Mich wundert es ehrlich gesagt doch wirklich nicht, dass quasi Avatar auch quasi nicht so dermaßen oft gekauft worden ist. Angeblich sogar relativ enttäuschend von den Verkaufszahlen. Wundert mich ehrlich gesagt doch wirklich nicht, wenn du wirklich so viele Missionen hast, wo du wirklich so darstellst und denkst, dass du so... Echt irgendwie ein bisschen schade. Echt wirklich, 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 wirklich ein bisschen schade, dass du so viele Missionen eigentlich im Prinzip und keine ist wirklich so ein Bängerer. Wo ich auch wirklich so diese Befürchtung habe, sie kaufen sich eine Marke und dürfen aber nichts damit machen. Das Gefühl habe ich ab und zu. Sie kaufen sich eine Marke und haben hunderttausend verschiedene Anforderungen gekriegt. Das dürfte sie nicht sagen. Das dürfte sie nicht machen. Das, das und das und das. Und ich habe aber auch so dieses Gefühl, dass es vielleicht dann in die Richtung quasi mit Outlaws gehen könnte. So, du bist so dem, was du enttäuscht, dann schmeiße ich weg den Scheiß. Darauf geschissen. Hauptsache, ich kann wieder laufen. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und da habe ich wirklich so dieses Gefühl mal wieder so... Schön und gut, dass sie mit Disney... Was war das jetzt? Ähm. What the fuck? Was war das jetzt? Wo ich so sage, so... Äh. Sie haben wieder eine Marke, dürfen aber wieder vielleicht nichts machen draus. Und da habe ich schon irgendwie ein bisschen die Angst davor. Ich habe schon wirklich die Angst davor. Weil das ist mir in letzter Zeit schon öfters einmal quasi aufgefallen, dass sie einfach nichts mit dieser Marke machen dürfen. Oder halt quasi... Diese Anforderungen nichts gerecht werden oder irgendwas. Weil man erwartet sich halt quasi was von der Marke. Man denkt sich halt einfach quasi... Yo, Leute, ihr habt's Avatar gekriegt. Man erwartet sich was. Man erwartet sich so einiges. Man erwartet sich eine bombastische Geschichte. Man erwartet sich, dass man Charaktere kriegt, die was man vielleicht auch in den Filmen oder Serien noch zusätzlich gekriegt oder gesehen hat. Das sind alles so Erwartungen, mit denen man quasi spielt und hofft, aber wenn ich dann quasi Superdardreißig lege wieder hin, danke, hat sie wieder erledigt. Aber wenn ich halt dann quasi halt nichts davon kriege, sondern hauptsächlich eigentlich nur Erwähnungen. Oder du hast quasi... Du weißt quasi nur durch so randommäßige Erwähnungen, wann das vielleicht spielen könnte. Was für eine Zeit. Einfach nur so randommäßig. Ich habe auch gedacht so, aha, na gut, danke, dass sie mir jetzt auch Bescheid gibt. Dass ich weiß, in welcher Zeit oder in welcher Welt oder sonst wo sie das spült. Danke. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Das fand ich auch ein bisschen sehr, sehr schade. Dass es wirklich nur so irgendwie so halb erwähnt wird. So mit viel Vorsicht. Hauptsache man erzählt vielleicht nicht zu viel, weil vielleicht darf man auch gar nicht so viel erzählen. Das ist schade. Ich finde es einfach wirklich, wirklich, wirklich schade. Finde ich jetzt mal interessant. Zeigt mir da an, dass es da irgendwo ist. Und ich sehe das aber nicht. Ich glaube genau. Ja, genau der Hinter. Der Ersatz ja wirklich Hunde. Ersatz ja wirklich Hunde. Da, mache ich eine Schnellreise und tschüss. Nein, mach mir kleine. Mach mir kleine, ist besser. Ist definitiv besser, wenn du mir kleine hast. Aber Ubisoft ist halt allgemein kontrovers. Ja, ist halt Ubisoft. Nein, es ist eher schon ein bisschen langsam traurig, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht. Früher haben sie Spiele rausgebracht. Mit Geschichte, finde ich. Wirklich, du bist da gestanden, hast du da gehabt. Wow. Wow. Das sind Charaktere. Da ist Liebe drin. Und jetzt hast du Charaktere gekriegt, wo du nicht einmal mit ihm merkst, wie der eigene Charakter heißt. Okay, ja. Die haben sich vielleicht auch ein bisschen schwerer gemacht. In Avatar. Ich weiß unbedingt. Die Namen der Navi und alles drum und dran. Der kann jetzt nicht einfach plötzlich Kevin hassen. Leute kaufen es da trotzdem. Aber es ist halt Und es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt 5 Millionen Einheiten verkaufe oder nur eine Million. Das ist schon ordentlich ein Unterschied. Und das macht es aber auch wieder aus. Finde ich halt persönlich. Wenn du wirklich ein gutes Spiel rausbringst, dann kaufen es die Leute eh. Die Leute sehen, das ist so eine 90er, 95er Wertung. Die Leute kaufen es. Okay. Ah, der will, dass ich... Hä? Okay. Dann gehe ich halt oben rein. Wieso? Weshalb? Warum? Frag mich besser nicht. Frag mich besser nicht. Der will unbedingt, dass ich da hochgehe. Da eine gehe. Okay, okay. Okay, ich mache ein, Chefe. Ich mache ein. Ja, 80 Euro wird schon reich. Ja, aber das haben wir aber auch wieder dabei. Ich kann irgendwie Ubisoft verstehen, warum die Preise so extrem hoch sind. Da muss ich Ubisoft verteidigen. Ich glaube, da bin ich ja auch der einzige Mensch auf der Welt. Gefühlt. Aber ich muss quasi Ubisoft in der Hinsicht verteidigen, weil ich so dieses Gefühl habe, dass die Markenrechte, ein Avatar oder ein, sei es jetzt einfach nur ein Star Wars, ich will gar nicht wissen, wie teuer das ist. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das ist, nur, dass sie diese Marke haben dürfen. Dass sie sagen dürfen, okay, passt, Star Wars gehört jetzt zu Ubisoft dazu. Oder irgendwas anderes in der Richtung. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Weil ich glaube, bei den Preisen da ab und zu, ich glaube, da speiben wir sich an. Und da kann ich mir schon relativ gut nachvollziehen, da ist ein Hardcore-mäßig großes Hindernis, dass du einfach so sagst, wir müssen einmal quasi die Lizenzeinnahmen nur mal wieder reinkriegen. Da verstehe ich dann wieder Ubisoft. Da verstehe ich dann wirklich Ubisoft, dass du sagst, ich weiß nicht, zahlt sich das aus? Geht sich das überhaupt aus? Schaffen wir das überhaupt nur mal mit den Lizenzen, die Einnahmen? Das ist das Nächste. Und dann kommt halt noch quasi noch dazu, vielleicht einmal die Kosten vom Spiel noch zusätzlich. Dann das, dann das, dann das, dann 100.000 andere Sachen noch zusätzlich. Dann war das Spiel vielleicht 5 Jahre in der Entwicklung und alles drum und dran. Aber es gibt einer trotzdem halt nicht das Recht, wenn du halt quasi schon diese Marke hast und schon viel Geld ausgegeben hast, dann mach was draus. Diese Welten sind so dermaßen riesig und umfangreich. Du kannst so viel draus machen. Und das ist halt einfach das, es ist halt einfach schade dann darum. Ich glaube, bei der kann ich nichts einkaufen, aber wurscht. Vielleicht später vorbei vielleicht. Ist dann halt einfach schade, wenn sie halt einfach gar nichts draus machen. Finde ich persönlich. Einmal ganz kurz schauen, ob das so, der Ton noch passt. Die Informationen, die du uns bringst, helfen uns wirklich enorm. Oder zum Beispiel, ja, das, das auf alle Fälle, das auf alle Fälle. Über das brauchen wir nicht reden. Das ruiniert sowieso auch nur die Marke. Finde ich persönlich. Ich finde, zu meiner Meinung nach, weil gerade so Ubisoft so ein bisschen auch in dieser Krise ist und sie werden immer notgeiler, mehr Geld, mehr das, mehr das, mehr das, mehr das, wo ich dann es irgendwie ein bisschen schade finde, wieso gehen die nicht in die Schiene wie bei Capcom? Nimm ein Entwicklerstudio, daher von den 20 verschiedenen, was sie haben und die konzentrieren sich nur auf Remakes. Remakes, Splinter sein, Remake, Far Cry, Remake das, nur ihn besser machen, nimmt man sich Zeit, man hat schon gewisse Ressourcen, man hat schon gewisse Storylines, alles drum und dran, man muss sie nur verfeinern, verschönern, vergrößern und was auch immer, damit sie quasi auf eine gewisse Art und Weise abgesichert sind, wo du sagst, du bringst jährlich was raus, nicht zu viel und nicht zu wenig, dass du sagst, du hast deine zwei Titel im Jahr, maximal drei Titel im Jahr, man muss ja nicht, wie glaube ich, 2022 haben sie fünf Titel rausgebracht, das war ja abnormal, ich glaube 2022, vor ein oder vor zwei Jahren haben sie glaube ich fünf Titel in einem Jahr rausgebracht, das war ja abnormal, wo ich dann wieder so denke, dann lasst euch Zeit, ihr habt einen Titel, das ist immer Remake mäßig ist, dann habt ihr vielleicht noch eine neue IP oder irgendwas und vergrößert das ein oder andere Universum, und keiner sagt, du müsst jetzt jedes Jahr ein Assassin's Creed rausbringen oder ein Far Cry oder sonst was, bring alle drei, vier Jahren ein gutes Far Cry oder ein gutes Assassin's Creed und die Leute sind auch zufrieden, wenn ich mir dann so anschaue, okay, Valhalla ist rausgekommen, dann Mirage, ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin zehn Schritte wieder zurückgegangen mit Mirage, mit den Animationen, die Animationen waren den hier, wo ich mir gedacht habe, so wie bitte, was, und dann höre ich, da haben über tausend Leute mitgearbeitet, was haben die gemacht, das haben wir nicht ab, aber was haben die den ganzen Tag gemacht, gewixt oder was, da denke ich mir auch so, Leute, was ist da bei Ubisoft los, einfach nur tausend Leute für Geldwäscherei oder wie jetzt, da erwarte ich mir nicht eine Animation von denen hier, sondern da erwarte ich mir, oder eine Animation, die was 10 von 10 ist, sagen wir nicht ab, weil manchmal hast du wirklich so richtig geile Momente gehabt und es war irgendwie kaputt, jedes Mal, wenn sie miteinander geredet haben, der Moment wurde quasi dadurch ab und zu auch ein bisschen ruiniert, weil sie einfach miteinander geredet haben, wo du dir einfach nur so denkst und da gestanden bist, so, das ist ja mal eine richtig geile Animation, so eine richtig schöne 10 von 10 Animation, schlimm, normalerweise gehört einmal die ganze Rieche, die einmal ausgetauscht, bei Ubisoft finde ich persönlich,